Der Schmerz und die Geheimnisse von Ludwig Hofmeier Willkommen auf unserem Kanal, wir bringen Ihnen täglich interessante Videos, die das Leben und Vermächtnis berühmter Persönlichkeiten feiern. Im Alter von 82 Jahren steht Ludwig Hofmeier nicht nur vor gesundheitlichen Herausforderungen, sondern lebt auch mit Trauer und Enttäuschung über berufliche Misserfolge und unerfüllte Träume. Im Folgenden erhalten Sie einen detaillierten Einblick in sein Leben und die verborgenen Ecken seines Karriereweges sowie die geheimen Geheimnisse, die er mit uns teilt. Ludwig Hofmeier, einst als bayerischer Meister im Kunstturnen und beeindruckende Erfolge im Handjoggen bewundert, muss nun mit Ängsten und Trauer rechnen. Er gab zu, dass berufliche Misserfolge und unerfüllte Wünsche einen tiefgreifenden Einfluss auf seinen Geist hatten. Hofmeier teilte mit, dass sein aktuelles Leben nicht seinen Erwartungen entspreche. Obwohl die Bars, die er leitete, einst sehr erfolgreich waren, brachten sie nicht mehr die gleiche Freude und Befriedigung wie zuvor. Veränderte Konsumgewohnheiten und zunehmend härterer Wettbewerb erschweren seine Bemühungen. Er hatte das Gefühl, an einem Endpunkt seines Lebens zu stehen, an dem die Dinge nicht mehr so zu laufen schienen, wie er es wollte. Obwohl Hofmeier in der Vergangenheit herausragende Erfolge feierte, verlief die Führung von Bars und Tanzlokalen nicht immer reibungslos. Seine Bars haben viele Höhen und Tiefen durchgemacht, von sinkenden Einnahmen bis hin zu unerwarteten Zwischenfällen. Diese Misserfolge hinterließen Narben in seiner Seele und gaben ihm das Gefühl, nicht alles erreicht zu haben, was er sich im Leben gewünscht hatte. Allerdings erlebte Hofmeier auch glückliche Zeiten in seinem Leben. Er erinnert sich an die schönen Jahre als Betreiber der Diskothek, Apollo, und an berühmte Musical-Aufführungen. Allerdings lassen sich die dunklen Ecken seines Werdegangs nicht leugnen. Die Misserfolge und der harte Wettbewerb kamen ihm sowohl geistig als auch körperlich teuer zu stehen. Ludwig Hofmeier war nicht nur ein erfolgreicher Kunstturner, sondern auch ein Pionier auf vielen anderen Gebieten. Seine Karriere umfasst bemerkenswerte Erfolge wie 1961 wurde Hofmeier bayerischer Meister im Kunstturnen und gewann sechsmal die Oberpfälzer Meisterschaft. Dieser Erfolg markierte einen wichtigen Wendepunkt in seiner Sportkarriere. Er war auch einer der ersten Deutschen, der den Yamashita-Sprung beherrschte, was ihm half, in der Kunstturnengemeinschaft hervorzustechen. 1967 gelang Hofmeier eine Meisterleistung, indem er die lange Reise von Regensburg nach Rom in drei Monaten per Hand bewältigte. Diese Leistung brachte ihm den Titel »Laufweltmeister« ein und erregte mediale Aufmerksamkeit. Hofmeier spielte auch in dem Kurzfilm »Play Harlequin« 1966 mit und betrieb mehrere beliebte Bars und Tanzlokale. Diese Aktivitäten generieren nicht nur Einkommen, sondern tragen auch dazu bei, sein Leben zu bereichern. Für Hofmeier ist der Gesundheitszustand des 82-Jährigen ein großes Problem. Er machte sich Sorgen, dass er nicht gesund genug sein könnte, um seine Geschäfte weiterzuführen und den Aktivitäten nachzugehen, die er liebte. Ängste um seine Gesundheit und sein Alter machen ihn unsicher, was die Zukunft angeht und was er der nächsten Generation hinterlassen kann. Ludwig Hofmeier hatte in seinem Leben viele große Träume, doch nicht alle davon wurden wahr. Er teilte mit, dass es einer seiner größten Träume sei, seine Bars und Diskotheken weiter zu führenden Unterhaltungszentren in Deutschland entwickeln zu können. Allerdings zwangen ihn Management-Schwierigkeiten und harte Konkurrenz dazu, einige Pläne und Projekte aufzugeben, die er schon lange gehegt hatte. Er wollte seine Geschäftstätigkeit auch international ausbauen, doch finanzielle und rechtliche Herausforderungen hinderten ihn daran. Diese unerfüllten Träume sind immer noch ein großer Schmerz und ein großes Bedauern in seinem Herzen. Auch privat war Hofmeiers Leben nicht ohne Herausforderungen. Er teilt mit, dass die Aufrechterhaltung eines stabilen und harmonischen Familienlebens eine der schwierigsten Aufgaben ist. Der Druck durch die Arbeit und die Führung von Unternehmen beeinträchtigte sein Verhältnis zu seiner Familie. Außerdem hatte er Schwierigkeiten, einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten. Schlechte Gewohnheiten und ständiger Stress wirkten sich negativ auf seine Gesundheit aus, was ihn noch mehr Sorgen um seine Zukunft machte. Als er in die Zukunft blickte, machte sich Ludwig Hofmeier Sorgen darüber, wie seine Unternehmen weiter funktionieren würden, wenn er nicht mehr gesund genug wäre, um sie zu führen. Er hat keinen würdigen Nachfolger gefunden, der seine Geschäfte übernehmen könnte, und das macht ihn unsicher, dass das, was er aufgebaut hat, verloren gehen oder nicht aufrecht erhalten werden könnte. Er machte sich auch Sorgen darüber, sein Erbe der nächsten Generation zu hinterlassen, insbesondere seinen Kindern und Enkeln. Er wünscht sich, dass das, was er sich im Laufe seines Lebens aufgebaut und gewidmet hat, anerkannt und weiterentwickelt wird. Aber derzeit hat er keinen Weg gefunden, dies effektiv zu tun. Er erinnert sich an schöne Zeiten als Leiter von Bars und Tanzlokalen sowie an schöne Erinnerungen an die Teilnahme an Sport- und Unterhaltungsaktivitäten. Er ist stolz auf seine Leistungen, insbesondere im Kunsttonen und im Handlauf. Diese Erfolge bereiteten ihm nicht nur persönliche Freude, sondern halfen ihm auch, in der Gemeinschaft einen guten Ruf und Respekt aufzubauen. Ludwig Hofmeier hat in seinem Leben viele Veränderungen erlebt, von Jobwechseln bis hin zu veränderten Lebensumfeldern. Diese Veränderungen haben seine Psychologie und sein tägliches Leben stark beeinflusst. Er musste lernen, sich an Veränderungen anzupassen und sich den neuen Herausforderungen zu stellen, die das Leben mit sich bringt. Auch wenn er alt ist und sein Gesundheitszustand nicht mehr derselbe ist wie zuvor, hält Ludwig Hofmeier an seinen Ambitionen für die Zukunft fest. Er hofft, einen Weg zu finden, sein Geschäft weiter auszubauen und Frieden im Leben zu finden. Er möchte auch der nächsten Generation ein positives Erbe hinterlassen und der Gemeinschaft weiterhin etwas zurückgeben. Ludwig Hofmeier ist ein Mann mit vielen bemerkenswerten Leistungen und zahlreichen großen Herausforderungen im Leben. Obwohl er in seiner Karriere als Künstler und Unterhaltungskünstler viel Erfolg hatte, ist sein Leben immer noch mit Schwierigkeiten und Traurigkeit konfrontiert. Seine verborgenen Geheimnisse und Ängste zeugen davon, dass selbst erfolgreiche Menschen ihre eigenen Kämpfe haben. Wir übermitteln Ludwig Hofmeier in diesen schwierigen Zeiten unsere besten Wünsche und unser tief empfundenes Mitgefühl und hoffen, dass er Frieden und Glück in seiner Framing ganz klar ist. Das sind einfach Tatsachen, das sag ich ganz bewusst so, dass sie eine psychische Störung hat oder was er da noch genau gesagt hat. Das ist jetzt bei mir schon wieder über eine Woche her, dass ich es geguckt habe. Und das ist, weißt du, du kannst über einen anderen Menschen nicht so sprechen mit der These dahinter, dass das einfach eine Tatsache ist, was du sagst. Sondern du hast immer ein Bias drin, das ist immer nur dein Blick auf die Situation und so. Und das ist einfach komisch geframed, einfach falsch geframed. Was das Thema Haushalt angeht oder andere Dinge angeht, so leid es mir tut, aber du behauptest halt einfach immer wieder Dinge, die schlichtweg so nicht stimmen. Auch hier wieder ein Klassiker, sie behauptet Dinge, die einfach nicht stimmen. Ja, also dahinter steckt ja die Aussage, alles was du sagst, ist einfach falsch. Oder vieles von dem, was du sagst, wenn es mir nicht gefällt, ist einfach falsch. Das heißt, er macht hier überhaupt nicht mehr auf für ihre Meinung, bietet überhaupt keine Diskussionsgrundlage an, sondern sagt einfach, die Dinge, die du sagst, die sind nachweislich und total objektiv und ganz sachlich einfach falsch. Die stimmen einfach nicht. Und stattdessen sollte er mal probieren, das ist eine männliche Denkweise, also rational. Das heißt, ich nehme mir die Sachen und gucke die mir ganz genau an, so wie ich das ja hier auch mache. Stattdessen frag dich doch mal, warum sie sagt, was sie sagt, was denn dahinter steckt, was sie dir eigentlich sagen will. Ja, und er verpisst sich.